Ein Trip in die nähere Vergangenheit. Wenn ein Video so bei mir anfängt, reden wir eigentlich immer über Lego, aber dieses Mal ist es ganz anders. Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembau-Steinbaus. Ich habe mal wieder ein meiner Meinung nach sehr interessantes Set mitgebracht und zwar von Megablocks, die 95713, den Audi A8 aus der Need for Speed Reihe. Dieses Set und dieses Fahrzeug ist im Spiel Need for Speed Hot Pursuit vorgekommen. Nicht unbedingt mein Lieblingsteil, gebe ich zu, aber den R8 als Polizeiwagen fand ich immer sehr, sehr interessant. Ich wusste aber noch gar nicht, dass es dazu ein Set gibt. Und vor allen Dingen ist dieses Set aus dem Jahre 2011. Ja, richtig gehört, dieses Set ist zu einer Zeit entstanden, wo die meisten Leute in Deutschland noch nicht mal wussten, dass es andere Klembau-Steine außer Lego gibt. Aber dieses Megablockset gab es eben schon. Man bekommt dieses Set in Deutschland momentan von 10 bis 15 Euro ungefähr. Ist natürlich kein Schnäppchen, aber generell hat es sich bei Mega ja nicht so sehr geändert mit der Verfügbarkeit auf dem deutschen Markt. Auch heutige Megasets sind in Deutschland relativ teuer, außer sie kommen wirklich zu Amazon und werden dann teilweise zu echt guten Preisen rausgeschleudert. Dieses Glück hat man aber bei den wenigsten Megasets. Ich bin auf dieses Set gestoßen, als ich mal ein ganz anderes bestellt habe. Und zwar gibt es neben diesem alten Set, in Anführungszeichen alt, auch ein neueres Set, einen neueren Audi R8 von Mega aus der Hot Wheels Reihe. Den Audi R8 LMS GT2, Set Nummer HKF 93. Diesen habe ich bestellt und nur durch diesen bin ich auf diesen hier gekommen. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ich auch von diesem Hot Wheels hier eine Review machen soll. Wenn euch das interessiert, dann lasst mich das gerne wissen. Heute schauen wir uns aber speziell dieses Need for Speed Set aus 2011 an. Auf den ersten Blick hat mich das Ganze ein wenig an Kurbi erinnert. Hier sind sehr viele Formteile dabei. Es ist eigentlich alles betrugt, soweit ich weiß. Und es erinnert zumindest auf dem Bild eher an Modellbau als an Klemmbausteine. Wie gesagt, da fühlte ich mich sehr an Kurbi erinnert. Ob dieses Set am Ende dieselbe Qualität hat? Ich möchte es hoffen. Wir können ja hier die meisten Teile schon durch diesen durchsichtigen Teil sehen. Wenn wir uns die Packung dann an den Seiten anschauen, ist die nicht allzu spannend. Deshalb springen wir gleich nach hinten. Hier sehen wir noch andere Sets, die zu Need for Speed gehören. Und wir haben hier nochmal eine Art Teileliste. Wenn euch das Ganze interessiert, haltet euch das Video gerne an dieser Stelle an. Was ich sehr cool finde ist, dass hier Customize, also die Personalisierung, im Vordergrund steht. Und genau das ist ja, was Lego oder auch andere Klemmbausteine für mich bedeutet. Ich bin auf jeden Fall gespannt wie ein Flitzebogen und mache dementsprechend jetzt dieses Set auf. Und wir schauen uns mal zusammen die Teile und die Anleitung an. Hier haben wir einmal die speziellen Steine. Die sind in so einem Plastiträger. Wir haben sie ja schon durch die Packung gesehen. Was aber auch sehr gut ist, dass sie in diesem Plastiträger sind. Denn so können sie nicht verkratzt werden oder anderweitig kaputt gehen. Das gefällt mir schon mal gut. Ein paar andere speziellere Teile sind auch nochmal hier in Tüten. Die ist auch einzeln unterteilt. Also nur wenige Teile in der Tüte. Deshalb gehe ich davon aus, dass auch die in einem guten Zustand angekommen sind. Ein paar Standardteile haben wir noch in diesem kleinen Tütchen. Und über die Steinequalität reden wir wie immer dann, wenn wir es gebaut haben. Dazu bekommt man dann noch eine große aufzufaltende Werbung oder ein Poster. Je nachdem wie man das sehen möchte. Auf der Rückseite sehen wir nochmal andere Sets der Reihe. Also ich finde da sind auch ein paar sehr spannende Sachen dabei. Und wir haben in der Packung noch diese Auffaltanleitung. Die Papierqualität der Auffaltanleitung ist gewohnt gut. Und wie wir das von Mega auch heute gewohnt sind, wird hier viel über Farbcodierung in der Anleitung gemacht. Wo die Steine hingesetzt werden. Es wird nichts ausgegraut, sondern es wird alles weiterhin in Vollfarbe dargestellt. Und insgesamt haben wir zwölf Bauschritte. Auch die Druckqualität gefällt mir bei dem Set sehr. Und man sieht nochmal beide Formen im Vergleich. Es ist natürlich eine simple Anleitung, aber für diese Setgröße völlig ausreichend. Es ist das gezeigt, was gezeigt werden muss. Und es sind auch die Bauschritte erklärt, zu denen nochmal eine Erklärung wichtig ist. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass wir auch gut nach dieser Anleitung bauen können. Bei so einem kleinen Set sollte es da sicherlich keine Probleme geben. Ich fange jetzt auf jeden Fall an zu bauen. Und wir sehen uns dann gleich mit dem fertigen Fahrzeug wieder. Und so sehen wir uns auch schon nach einem natürlich sehr kurzen Bauspaß wieder. Also ich habe mir wirklich hier Zeit genommen. Ich habe versucht, das Ganze zu genießen, habe mir die ganzen Formteile vor dem Verbauen nochmal genau angeschaut und habe um die 15 Minuten gebraucht. Wenn man da ein bisschen schneller rangeht, dann reden wir da über maximal 10 Minuten, um diese 70 Teile hier zusammenzustecken. Obwohl, ganz fertig ist er noch nicht, denn es fehlt hier ein Rad. Das ist aber kein Fehler vom Set, sondern ich wollte euch mal zeigen, wie die Räder und Reifen hier aufgebaut sind. Die Felgen bestehen nämlich einmal aus dem Felgenteil und hier hinten ist noch so ein Bremsenteil draufgeschraubt. Und das ist wirklich so ein Mechanismus, den wir zudrehen, damit es fixiert ist und auch wieder aufdrehen. Und wir haben ja die Wahl zwischen den schwarzen Felgen und die silbernen, für die ich mich jetzt entschieden habe. Also können wir auch auf die silbernen wieder dieses Bremsenteil draufdrehen und können dann den Reifen auf das Ganze ziehen. Und so ist er dann auch fertig. Warum ich damit gewartet habe, um euch das zu zeigen, hat den einfachen Grund, dass leider dieses Bremsenteil nur viermal dabei ist und auch die Reifen nur viermal dabei sind. Das heißt, wir müssen den gesamten Radsatz wieder demontieren, um diese neuen Felgen aufzumontieren. Das finde ich wirklich störend, weil wenn man natürlich die Reifen die ganze Zeit abziehen muss, ist das erstens kein großer Spaß, weil die relativ fest sitzen. Und ich habe auch Angst, dass wenn wir das andauernd abziehen, um einen anderen Felgensatz drauf zu machen, der Reifen dadurch irgendwann Schaden nimmt. Das hätte man besser lösen können, wenn man wirklich die paar Teile und die Reifen noch dazu gelegt hätte und man die Radsätze nur aufstecken müsste und eben nicht immer auseinander bauen muss. Was noch besonders ist an dem Fahrzeug, ist die Farbwahl der Steine. Denn wenn ihr mal hier genau hinschaut, ist das kein normales Schwarz. In diesem Schwarzton sind so ein paar Glitzerflakes oder wie man das nennen soll. Das soll eine Metallic-Lackierung darstellen. Und ich finde, das wirkt auf dem Fahrzeug auch richtig, richtig gut. Aber durch den Farbton ist auf jeden Fall ein Fingerabdrücke-Abwischen Pflicht, bevor man das Ganze ins Regal stellen kann. Und eine Art der Personalisierung haben wir noch. Wir können ja hier oben die Warnlichter abbauen und können das durch so eine normale weiße Plate hier abdecken. Das natürlich komplett festzudrücken wäre nicht die schlauste Idee, wenn man jeweils wieder die Signallichter drauf machen möchte. Denn man kommt hier ganz, ganz schlecht ran, um das wieder rauszubekommen. Auch hier hätte ich mir eine etwas andere Umsetzung gewünscht. Und einen letzten Kritikpunkt habe ich noch an dem Fahrzeug. Und zwar haben hier einige Teile sehr gelitten. Ich weiß nicht, ob das davon kommt, dass das Set so alt ist und dementsprechend schon viel bewegt wurde. Aber so stark mitgenommene Steine habe ich bei alten Lego-Sets auch sehr selten gesehen. Deshalb glaube ich, dass diese Steine in der Produktion schon den ein oder anderen Fehler hatten. Trotzdem haben sie sich sehr gut verbauen lassen. Die Klemmkraft ist sehr hoch und das Reindrücken ist nicht so gut wie bei Lego. Das muss man ganz klar sagen. Es erinnert mich so ein bisschen an die ersten Kobi-Steine, wie so vieles an diesem Set. Denn die Steine gehen sehr fest zusammen und halten dann auch bombig zusammen. Das kann aber beim Baugefühl ein wenig störend sein, weil es ein wenig störrisch wirkt. Bei so einem kleinen Set ist das kein Riesenproblem. Bei einem größeren Set kann ich mir vorstellen, dass das dann etwas nervig geworden wäre. Da hat Mega auf jeden Fall von 2011 bis jetzt nochmal einen großen Sprung gemacht. Die jetzigen Mega-Steine, die ich in der Hand hatte, haben sich da besser verbauen lassen. Ein großer Pluspunkt an dem Fahrzeug ist natürlich das Aussehen. Wenn man das am Ende so zusammengebaut hat und damit spielen würde, würde man erstmal gar nicht auf die Idee kommen, dass es sich hier um Klemmbausteine handelt. Das geht eher Richtung Modellbau, was auch eine Parallele zu den jetzigen Kobi-Modellen ist. Ich finde es vom Aussehen sehr gelungen und natürlich richtig cool, dass alles hier geprintet ist. An der einen oder anderen Stelle könnte die Druckqualität zwar noch ein wenig besser sein, aber trotzdem ist es schon bemerkenswert, dass Mega eben so lang schon alles hier geprintet hat und Lego sich bis vor einigen Jahren dort noch so schwer getan hat und Lego selbst heute noch bei merkwürdigen Stellen auf Sticker zurückgreift. Was dann eher negativ ins Auge sticht, ist, dass der Weißton von den Teilen und den anderen geprinteten Teilen, es ist nicht so extrem, dass es sofort ins Auge fällt, aber das meine ich eben damit, dass die Prints teilweise ein wenig hochwertiger geprintet sein könnten. Großer Vorteil von dem Fahrzeug hingegen ist aber auch, dass es super stabil ist. Damit kann man wirklich fahren, durch die Gegend flitzen, das auch mal runterwerfen und was weiß ich, das Fahrzeug hält das alles aus. Und bis auf die Speed Champions ist das das Fahrzeug, was ich bisher auf dem Bautisch hatte, was am besten rollt. Das hat wirklich kaum Widerstand und gefällt mir dadurch auch sehr gut. Und am Ende ist es natürlich eine Stilfrage, ob einem so ein Fahrzeug hier zusagt, was eben mehr Richtung Modellbau geht, sehr viele Sondersteine hat. Und im Gegensatz zu dem, was auf der Verpackung hier versprochen wird, dass man sich das eben individualisieren kann, kann man hier recht wenig umbauen. Man kann die Lichter abnehmen, okay, und man kann eine andere Felgenfarbe auswählen, okay. Das ist für Glemmbausteine schon relativ wenig. Und ich bin eigentlich eher der Typ, der gerne viel umbauen möchte an Sets. Man weiß hier aber natürlich im Vorherein, dass dieses Set so viele Formteile hat und damit nicht groß umgebaut werden kann. Wer ein Set haben möchte, was ein wenig Bauspaß hat und am Ende stabil genug ist, um es zu bespielen, ist hier auf jeden Fall trotzdem richtig. Und wer ein Fahrzeug sucht, was sehr gut aussieht durch diese Formteile, der ist hier auch auf jeden Fall richtig und hat damit auch noch ein wenig Bauspaß. Wer natürlich ein Purist ist und sehr viel mit Standardteilen bauen möchte und nicht so viele Formteile mag, der sollte sich dieses Set nicht kaufen. Der Preis von 10 bis 15 Euro ist natürlich kein Schnäppchen, wird aber auch durch die vielen Prints und die vielen Spezialteile irgendwo gerechtfertigt. Denn dieses Set strahlt dadurch eben eine Hochwertigkeit aus und macht sich in jedem Regal oder auch in jedem Kinderzimmer auf jeden Fall beliebt. Von mir gibt es also dafür eine Kaufempfehlung, wenn ihr auch zum Beispiel auf Kobi-Modelle steht, die eher Richtung Modellbau vom Aussehen gehen. Alle, die eher auf rudimentäre Form und altes Lego stehen mit vielen Standardteilen, die sollten lieber die Finger davon lassen, weil die werden nicht gerade begeistert sein. Aber das ist ja das Schöne, jeder kann das kaufen und das bauen, worauf er Lust hat, weil es heutzutage einfach so eine große Vielfalt an verschiedenen Herstellern und verschiedenen Herangehensweisen gibt. Und umso spannender fand ich es, dass es eben solche Modellbaufahrzeuge, in Anführungsstrichen, die aber aus Klemmbausteinen bestehen, schon so lange gibt. Es gab ja auch schon welche lange vor 2011. Und trotzdem glaube ich, dass sehr viele Leute solche Sets einfach noch gar nicht kennen, weil Mega gerade zu dieser Zeit noch ein sehr unbeschriebenes Blatt hier in Deutschland war. Ich danke euch auf jeden Fall, dass ihr meinem langen Monolog zu seinem auf den ersten Blick kleinen und unscheinbaren Set gelauscht habt. Wenn ihr dieses Set selber besitzt, dann schreibt gerne auch mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Es würde mich wie immer sehr interessieren. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Valleybrick.